und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück ja zu minecraft dungeon wieder mit dabei der liebe drücken ja ja letzte aufnahme wurde bei drücken leider nicht aufgenommen beziehungsweise letzte folge so rum das habt ihr dann ja wahrscheinlich dann aber auch gesehen denn er hat meine folge gehabt so aus irgendeinem grund nicht aufgenommen hat so ist das mit der playstation 5 zum glück anders aber hier habe ich halt nicht so wir hatten ja nämlich in der letzten folge die matschige höhle gemacht ging aber eher recht schnell auch zweimal gemacht worauf hast du jetzt diesmal lust kaktusschlucht oder kürbisweide mit dem kaktus kaktenschlucht nehmen wir oder 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 feuerschmiede können wir auch wo ist die flöße schmiede das ist das lave eisgebiet da aber die sagen so weit weg also nehmen wir die kaktusschlucht nehmen erstmal die kaktien schlucht ja würde ich sagen und wir könnten das schon auf den letzten schwierigkeitsgrad spielen auf 33 können wir das schon starten ja normaler schwierigkeitsgrad 1 bis 4 dann mal lass uns die fünfer machen kraft 22 wir haben ja team kraft 19 ich denke das ist okay oder übrigens können wir dann später hast du mal gesehen wenn du dreieck drückst auch abenteuer modus machen ich weiß die gegen das ist schwer zu erledigen und teilen ordentlich aus aber neue gegner gegner verzauberung prämien sind besser neue ausrüstung artefakte richtig geil also wir haben noch ordentlich was zu tun ja wir können auch richtig rein schetteln ja dann starten wir die mission jetzt go ach so scheiße das skelett da schon im hintergrund da ist das schon aussieht der erzähle mit hilfe einer macht die tief in einem uralten und vergessenen wüsten tempel ruht eine armee aus untoten beschwören diesen tempel zu finden ist jedoch keine einfache angelegenheit denn der zugang liegt versteckt in einer tiefen schlucht in der sich vergessene geheimnisse aber auch hinterlistige kreaturen verbrauchen da freue ich mich jetzt schon warte ich habe die karte auf es gibt zwei wege es gibt zwei wege oder oder wo geht es hier lang es gibt doch keine zwei wege gesundheit ich habe mich aus versehen geheilt habe ich gesehen oder gehört besser gesagt gesundheit ja gesundheit was ist das ob da bleibt erst mal stehen das ging schnell alter findet wie kam denn da auch ja aber das ist schon hinterliste ich weiß nicht weil diese feiler die da kommen das ist schon krass holen wir den jetzt hier da nimmt aber auch kein schaden das piehl du musst dich so gefahren auf was ich so aufpassen gesundheit geht sie gut diese feiler nerven einfach der magier ich habe den ewig gebraucht den tod zu schlagen ich habe und ich habe mein schwer nicht ich glaube dafür muss ich jetzt noch eine mission warten oder zwei hier ist der Tor hier ist der Tor ok Creeper TT schwecken ist einfach so ein held das gibt es gar nicht ach schön ah ne hier guck mal essen hier essi essi und wa schwecken was ist mit dir los Alter was ist mit dir denn ach mann was war das denn da war ein Creeper Alter kannst du dich mal gesehen was ist mit dir los in dem Spiel was ist mit dir nicht richtig bitte Alter wir haben nur noch ein Team leben ja das müssen wir uns weg zusammenreißen ach du scheiße alter WTF das ist unglaublich wir stellen uns grad extremst dumm an einfach naja es ist aber auch schwer boah die Creeper one hitten einfach auch fast immer ja und außerdem ich brauche mal wir brauchen auch mal wieder ne neue Rüstung ne bessere wir können das wäre echt mal gut ja wir könnten auf jeden Fall mal wieder so ein Dungeon gehen oder so einen richtigen wäre auch ja wir können uns aber ein bisschen aufleveln ne wir können unsere wirst du beim Schmied auflappen wir können machen so boah Hilfe ich kann dir nicht helfen ich bin tot weiß ich habe ich gesehen meine Bienenregeln Alter Schwede heute heute Massen sterben alter heute Massen sterben heute Massen sterben heute Massen sterben komm zurück ins licht komm zurück ins licht ach komm ooooh 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 meine Fresse alter es sind aber auch extremst krasse ja wir haben es in sich aber meine Bienen sind auch echt gut unglaublich es reicht's mir ja ich krasse das aus oh der wird ab hallo du ja ich wär fast grad gestorben glaub ich klatsch direkt einer auf die nuss gegeben legendäre ambrose geil als ob du schon wieder was bekommst du schon wieder was bekommst du dich unter mir hol mich ich habe die weggestrahlt danke danke schön ach du scheiße mit dem hier wacke ich habe einen back gefunden der wilde zwar stirbt einfach nicht immer schmeißt er mich an damit ich weiß nicht was ich getan habe dass er mich so hast warum hast du mich so sehr ich dachte ja mag mich aber nein dd er will mich aber umbringen nein will ich nicht so ja dann gehen wir mal hier ist vorräte guck mal links links ja kacktiger dieses seelenteil ist auch echt stark ein strahl oder was der strahl sowieso ja der sowieso aber ich das sehen ding wenn du den zünders dann bringt er die instant alle um die radios sind je nachdem wie viele seelen du gesammelt hast ist schon geil irgendwo ging es hier hoch glaube ich keine ahnung scheiße hier steht doch ein totem du nuss wie war oder gelöst weg ich komme hier hoch kommt hier komme ich ja ich bin blind wieso ja 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 ich glaube ja ich glaube ich habe mein zehnmal bald zusammen ja 28 mal ja ein bisschen da ist mal das brot ach man was denn macht sich das traurig weil du stirbst nein das ist ein souls-like game das stoppt man nun mal haben wir da alles mitgenommen da oben ja okay komme man nicht alles alleine ich komme war der wolf legt auf ich habe guck mal da hast du dinks ich habe nicht rausgefunden das eine ist aber ich habe fehler gemacht ich kann mich dran hast du auch geil rüstung kam hierher das ist ja dankeschön runtergefallen ja ich auch wollte ich traurig auch aber ich habe sie mit diesen tour entdeckt unglaublich die war schon top secret aber ich habe nicht mit dem schwert schaffe ich den super nicht in der zeit bis er explodiert das ist unglaublich ich hoffe dass mal das ist meine der plastik ist endlich auch auf das ist im kurzen was passiert ist letzte folge das soll halt nicht wieder passieren ja es wird schon oder deinen deinen dein speicher das voll aber da müsstest du eigentlich rummeckern ich glaube da war es dann da ist so ein dicks hochgekommen was so ein peiler kommen ja ab und zu hoch explodieren wie mies ist das denn bitte ich bin gerade überhaupt keine hilfe weil ich erstmal aufladen musste das wird wahrscheinlich auch wieder etwas längere trip hier ja auf kakteen können wir auf einmal laufen nein das ist fast aber der creeper abwieselter alt bitte hilfe mann NÖIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nischo wieder! Immer bezwerfen ja mich. Ich will dich damit überhaupt gar nicht bewerben. Mann. Aber guck dir mal an, wie schön die Blätter und sowas aussehen. Das gibt's in meiner Minecraft gar nicht. Ja, und das aussieht. Wie schön die Seils. Oh! Oh, stirb jetzt bloß nicht. Schnell, geh weg. Lauf. 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 Letzte Chance, Leute. Letzte Chance. Oh Gott, Alter. Was ist denn hier los in diesem Spiel heute? Was geht denn ab? Alter. Ich setze meine Bienen ein. Es ist doch unglaublich. Was hier heute los ist. Und das wird dann nicht in den anderen Schwierigkeitsgraden besser, ne? Boah. Ne. Diese Bienen sind echt gut, finde ich. Ich laune. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ich habe noch 159. Aber du hast, du kriegst ja dein Schwert nach der Mission, glaube ich, wieder. Oder? Wie auch meine Pfeile geklautert, ne? Der kleine Krippel. Oh, ich höre nicht mehr. Der Wecken hat die Karte sich verlassen, weil aufgrund. Da warst du grad weg. Du warst weg. Bei mir stand deine Qualität ist gut. Das stand bei mir auch grad bei dir. Boah, wie der weggeflogen ist. Ja, ich habe gesehen. Alter, was geht mit dem los? Sanyo. Ja. Ja, es gibt so einen Schlüssel, der hier rumläuft, irgendwo. Rumläuft? Ja, da läuft rum. Das gleich sehen. Aua. 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 Alter! Was die für'n Schaden machen, ey! Einfach nur krank! Ach, diese Schlüssel! Oh, ach du Scheiße! Ja! Was wird wohl? Einfach erschlagen! Ja, den musst du dein Etzchen eskortieren, ne? Ja. Ohne, dass du stirbst. Au, au! Au, au! Na, was zu essen! Na, was zu essen! Jetzt hat er das wenig dabei! Haha, besser ist das! So! T-T! Äh, falsche Taste! Ich hab das das erste Mal, mal, seit Jahren immer wieder richtig geworfen! Ja, Glückwunsch! Ich bin stolz auf dich! Ah! Hilfe! Au! Hey du Sack! Komm her! Hey! Ja! Ich kann dazu nix mehr sagen! Haha! Ah! Ah! Ja gut! Aber, aber hier sterben sie halt echt oft einfach! Hast du den Schlüssel? Jaaaa! Jaaaa! Nee, nicht mehr! Ich hol den gleich! Woll denn der Schlüssel hingelaufen? Weiß ich nicht! Ich glaub der ist zurückgelaufen! Ja, der läuft zurück! Der ist zurückgelaufen! Guck an! Der pennt da jetzt wieder zurück! Ich seh nicht mal! Wo ist er denn? Ach, komm! Da hinten! Da! Daaa! Okay, ich hol ihn mal! Kackviech! Ich hab den Creeper da drin zum Explodieren gebracht! Was für ein Opfer! Was für ein Opfer! Jaaa! Eine Opfergabe! Jaaa! 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 Ich hab's mal wieder geschafft, richtig zu werfen! Mhm! Sehr schön! Oh! Man, wie lange geht das hier noch, alter! Aaaa! Du hast mein Leben grad, glaub ich, grad gebrittet! Ah! Ich werd geflutschfingert! Ähm, was? Du liegst ja hier schon wieder rum! Jaaa! Warte! Was geht denn? Ich frag mich, was du meinst! Ich war doch die ganze Zeit am Leben! Mhm! Ja! Ist mir aufgefallen! Nachdem... Nachdem ich dich zum Leben wieder weg habe, warst du wieder da! Jaaa! Ich frag... Ich frag... Ich weiß nicht, was du meinst! Bum bum bum! Babababum! Ähm... Schon wieder hat das gemacht! Ich hab's genau gesehen! Ich hab's genau gesehen! Ich hab's genau gesehen! Ich hab's ja gesehen! Ich hab's ja gesehen! Ey, diese Viecher sind so fucking stark, alter! Naaah! Kiefer! Boooaah! Hast du Tote? wir können zwar heiltrank verwenden aber ich lieber tote benutzen für den heiltrank notfall bin ich aber auch gleich heftig down hier ich bin down ich habe aber auch alles gerade gesetzt hier und dann ist ja noch nicht was ja sehr anspruchsvoll sehr anspruchsvoll aber das natürlich auch geil ist es natürlich auch richtig geil ja das war wir dürfen echt spaß auch ja aber wir dürfen eben jetzt nicht noch mal sterben das ganze level machen wir haben wahrscheinlich doch viel vor uns doch du scheiße ich habe jetzt schon alles ich habe alles die bienen sind echt geil ich kann es nicht auch noch sagen bedauern 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 ja 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 baby zombie ist nicht so schlimm meine güte das geht steil hier das geht echt steil hier ist ein villager wir sind warte heißt das wir sind durch das könnte sein aber hier hinten ist noch was oder noch luxusläden haben wir bekommen auch geil da gibt es bestimmt richtig geile gegenstände oder so ja ich tätige mich freuen aber hier ist nix warum wissen wir nix wunderbar wenn wir ein villager finden ist es meistens eigentlich eine bedeutung dass es fast das ende ist müsste ja fast durch sein ja es war ja ganz schön lang das level schon ja ja nix ich will auch gucken was dazu gibt oh mein gott wir sind durch und entdeckungen wirst du wohl darin stoßen ach du heilige scheiße sehr anspruchsvoll muss ich schon sagen ja was die mobs ausgehalten haben manche von dna schon mit dem schwert jetzt drauf geknallt ohne ende aber jawohl da wäre 16 so mal gucken was drin ist in der truhe sanio 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 ja 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 was hast du jetzt gemacht ich habe den laser gegeben wie wer hat das gemacht ich habe den laser gegeben ich habe sie geschenkt ach so ich war noch nicht mal ich war noch nicht mal raus ich bin ja immer noch bei der truhe öffnen das verseuchte leuchtfeuer ist quell unglaublicher kraft und wartet nur darauf sein zorn zu entfesseln das heißt bekommt gerade von von dem lieben trecken es hat aber kein laser mehr oder doch ich habe gerade noch eins bekommen noch ein voll leuchtfeuer ja geil jetzt können wir beide 23 das habe ich denn ja macht ja bis das auch mit sehen ansonsten findet er mir leider gar nicht so viel ja das ist auch mit sehen seelen sammeln ja ihr mehr sehen du hast okay muss ich dann auf jeden fall mal ausprobieren level 21 ja das nehme ich so was haben wir das ist jetzt 23 oh ja besser als meine was habe ich sonst noch 21 das war echt eine krasse folge heute naja dann sagen wir vielen vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge dann macht's gut tschau 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 tschau